Es ist Samstag 19.25 Uhr, also Zeit fürs Lotto-Glück. Herzlich willkommen aus unserer Lotto-Schmiede in Saarbrücken. Am Mittwoch war mein Glücksbringer-Kollege Chris derjenige, der Ihnen Glück bringen sollte. Allerdings gab es keinen Super-Sechser. Ich bin deshalb heute an der Reihe, Ihnen Glück zu bringen. Und im besten Fall bringe ich Ihnen 4 Millionen Euro. Das ist nämlich das, was wir heute im Jackpot haben. Also auf in die neue Runde. Unsere Kugeln und Geräte sind schon ordnungsgemäß überprüft und ich kann Ihnen die Ziehung freigeben. Viel Glück! Ja, wo war Fortuna eigentlich am Mittwoch? Kann ich Ihnen genau sagen, sie war in Nordrhein-Westfalen. Es gab zwar keinen Sieger im ersten Rang, aber der zweite Rang, der wurde in Nordrhein-Westfalen abgeräumt. Und da war die Freude natürlich groß. 48, Lottezahl Nummer 1. Und es gab nochmal großen Jubel in Nordrhein-Westfalen, denn der Jackpot bei Spiel 77 ist geknackt worden und wanderte eben nach Nordrhein-Westfalen. Lottezahl Nummer 2. Heißt auch 2. Und weiter geht's. Wie kommt man eigentlich am besten ran an den Millionenpott? Da gibt es natürlich unzählige Theorien. Eine davon lautet, man tippe die Zahlen, die schon am längsten nicht mehr ins Röhrchen gefallen sind. 32, unsere dritte Zahl. Doch welche Zahlen sind das eigentlich? Und woher sollen Sie das wissen? Das gucken Sie nach auf lotto.de in der Statistik. Da ist das ganz genau aufgelistet. Die vierte Zahl, die 21. Und unter dem Ranking der schlafenden Lottozahlen ist die Nummer 9 ganz weit oben. Die ist nämlich schon seit 41 Ziehungen nicht mehr gezogen worden. Hier die vorletzte Zahl, die 36. Und das wäre ja dann ein Wink des Schicksals, wenn die 9 heute dann endlich mal ins Röhrchen fällt. Wir haben noch eine sechste und letzte Zahl, die fehlt. Und welche ist es? Nein, ich kann es Ihnen jetzt schon sagen, nicht die 9. Es ist die 26. Und das sind jetzt alle unsere Gewinn- und Glückszahlen des Tages, die Sie noch mal kurz in der Übersicht gesehen haben. Jetzt geht es natürlich darum, wird der Jackpot geknackt oder wächst er weiter an? Das entscheidet die Superzahl. Ziehung frei. Wir haben also heute 26,5 Millionen Euro insgesamt in der Ausspielung. Vier Millionen in unserem Jackpot. Tja, und wenn Sie heute richtig liegen mit Ihren Zahlen und die Superzahl 7 auf dem Schein haben, ja, dann können Sie gleich schon anstoßen. Vergleichen Sie am besten noch mal kurz die Zahlen. Hier sind Sie in der Reihenfolge. 2, 21, 26, 32, 36, 48. Die Superzahl heißt 7. Vielleicht haben Sie ja auch bei den Zusatzrotterien gewonnen, bei unserem Spiel 77 oder der Super 6. Die Gewinnzahlen hierzu werden schon im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt und lauten folgendermaßen. Spiel 77, 4, 7, 7, 4, 1, 7, 9. Super 6, 5, 3, 6, 8, 9, 7. Ja, das war es auch schon wieder. Sie können alle Gewinnzahlen und auch die Quoten auf lotto.de nachlesen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein bisschen Glück bringen oder dass Sie mit Ihren persönlichen Glückszahlen ins Schwarze getroffen haben. Und jetzt gebe ich das Glücksbringer-Zepter wieder weiter und ab an meinen Kollegen Chris Fleischauer, der dann am Mittwoch um 18.25 Uhr für Sie im Lotto-Studio bereitstehen wird. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Bis bald und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017